UNTERTITELUNG Also, die Liebe, ne? Streng genommen bist du die erste Frau, mit der ich so richtig... Wenn du jetzt auch noch mitbekommst, okay, aber eigentlich möchte sie mehr. Das ist ja nicht unbedingt etwas, was dein Dego schmälert. Das Wichtigste ist, dass du mit der Frau lachen kannst. Lachen und rum. Ich bin dann halt jemand, der dann einfach gerne wissen möchte, wie das so ist. Ich geb dir jetzt das Geld. Und das hebe ich fürs Höschen auf. Eine offene Beziehung zu haben, heißt für mich nicht, dass man unverbindlich ist oder dass man sich weniger auf den anderen verlässt. Wir haben ja keine Vereinbarung. Plötzlich ist auch jemand kennengelernt. Was ist das zum Spiel? Okay. In einem feministischen Haushalt, ja? Ja, das ist auch feministisch. Ja, klar, das ist Feminismus, ja. Es geht um meine sexuelle Lust, ja, und die lebe ich dann auch aus. Und wenn du nicht möchtest wieder Schnittpunkte haben, dann lass es nicht mehr treffen. Okay. Ah, das wär schon scheiße. Ja, ich weiß. Ah, lecker, lecker. Wenn. Du wohnst. Probst es zu, nicht da, wie Du wohnst! Ja, ru parallel, bei dir. Upl. Vielen Dank.